So, das war ein Marathon. Ja, da haben wir Wochen mit was zu tun, ne? Habt ihr schon die ganze neue Spaß gehabt? Wir auf jeden Fall. Ich hab keinen Hader hier. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Was denkt der Föhr? Börst du Surprised zu mir? DJ mit Klabbing Speed. Tumme, wiedergib. Ja, das. DING! BING! Poke to Heaven. That's the Team Gurrens way! It's the violent infantry to fight! Ich glaube schon, das ist schon sicher! Haben wir das jetzt auch gesagt? Ja.... Wolltest du denn welt irgendwas sagen? Jaa... Das kann auch dauern! Naja, ja. Später... Weißt du, irgendwann kommt Its ja raus, dass du mir wirklich gern mein Bruder bist tour arriving Exakt! Ihr verteidigt! Keine Scheiße ist drauf! Jiggle! JigglePhysics! Now in StreetFinder! Not what you expected! Jaugeme! Wiesme! Exakt! Jaugeme! 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 Wuhu! Maximo Damage, hm? Lass du gerade sparen, du bist engstreichbar! Tja, das kommt davon! Was kommt davon? Keine Ahnung! Was kommt davon? Ja! Wuhuuu! Gut doch! Oh! Ich hatte gerade die Illusion, dass es unblockbar ist! Oh, sehr froh! Aaaaah! Baaam! Was steht auf deiner Hose? Was steht auf deiner Hose? Deiner? Ja! Maximo! Oh! Hab ich auch gerade gesagt! Das ist nicht Maximo Damage! Ja! Was ist der Gag? Das ist der Gag! Das ist der Gag! Ha! Ich lache! Das ist der Gag! Das ist der Gag! Oh! 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 Das ist der Gag! Das ist der Gag! Das ist der Gag! Das ist der Gag! Ja, das ist besser, was er will. So, weil ich jetzt wieder da ist. Das ist kann man sagen, oder? Das ist aber am Schluss. Das ist scheinbar nicht. Okay. Pomp. Was? Ich bin jaa. Beklein. Was? Das ist Sciesz. Bist du da? Das ist Sciesz. Bis zum Team, Wester. ... ... und das ist für real! Mighty Caesar is bored! ... Horribly bored! ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist gut, ich kann das auch mehr. Doch, das ist ein Messer. Ich sehe noch mal einen Pickel. Toll, was ist das? Was? Siegstein, du kleinen Steinchen. Kiesel-Stein-Sieg. Kiesel-Stein-Sieg. Scheiße. Du holst auf. Jaha, wenn das so weitergeht, dann könnte ich dich vielleicht noch irgendwann überholen. Ach, bin 93, das wird mir mal geschehen. Ich weiß nicht wie auch gar nichts. Ich kann zwar nicht mehr sehen, wenn wir da mal auf Salz. Wenn ich jetzt Fan als halber Vega auswählen muss, ne? Hä? Wenn ich jetzt Fan als halber Vega auswählen muss. Ja, ich weiß nicht, wie du das spielst. Du gewinnst ja eh, ne? Vorstandige Gefühle, du weißt, dass es vor ist. Wollen wir jetzt mit so einem Film-Code anfangen? Okay, okay. Jupp! Was ist das? Ah! Das ist ein verdammter Schal! Doch, mal los! Warum tut das jetzt bei dir? Was war das? Ich frage mich auch gerade aus. Und? Das war auch so eher ein Super-Kombo-Material, ne? Lacket, der Tag wird erstmal ausgelegt. Kommt auch an, wie gut ihr erste Tag ist. Entweder ihre Super-Kombo ist auch immer dieses Rot-Wergen, ne? Ja. Ja. Genau. Ich frage mich dann selber vor wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht bringe ich auch was. Das wird sich halt sehr. Okay, dann wird es so weiter. Ja. 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 Achtung! Reflex! Funktioniert irgendwie nicht, weißt du? Reflex! Ja, du hast nicht gesehen, du hast keine Chance! Ja! Da ist der Fehler! Schön, dass du ihn gefunden hast! Wuhu, so schöne Lichter! ACB Schütze! Ja! Mann, ich zack den Alphabet! Hehehe Hehehe Genau! Doch genau, Acker haben wir das hier! Der war ein feierenden Daffel, oder? Das ist der Hinge, und das geht aber! Was? Daffel sind bei ihr hier, ne? Ja, um herauszufinden, wie etwas nicht geht Ich glaube, ich weiß wieder, wie es schon geht Aber nur vielleicht! Ja! So geht's auch! Das ist mir nicht sehr gefällt! Aha! Scheiße! Ich glaube, das ist das Team! I'm ready for action! I got my oil! I'm ready! What? Oh! What is that?? Oh so, oh, oh! Okay, dann... What? I'm ready for action! I'm ready for action! Come on! Acker! Good! 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 I'm ready for action! Oh! Das! Was? Oh Mann! Hei. Und wie ich den einen Schiff habe? Jak graben, ist das ein Schiff. Geht's auf, auf? Wie. Ja? 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 Shit! Yay! Ich gewinnen! Ja! Wuhuu! Ey! Ha! Mines are stuck up. Dang. Sweet. That is. Yeah, come on meatbag. Wie geht's seine zweite Kombo? Was haben wir, was er jetzt spielt? Das haben wir jetzt auch noch gemacht. Mal gucken, ob das Blende klar auch so geht. Soulless, breathless, man! Das ist was. Das ist so ein Lissabes-Person, weil sie eine Artifischung ist. Wie Seth und wie Jury. Ist er auch eine Artifischung? Das ist die gleiche EYE als Seth. Das ist das, was Seth in der Stomach hat. Jury hat eine EYE. Was ist das, was er sagt, dass sie dann wieder? Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Let's take more of. Ah. Hey, nix ist. Ich war hinter dir! Ach so, nicht. Du hast nur gedacht, du wärst nicht. What? What? Teleportationszauber. Was ist das? 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 Du wärst mir überhaupt keine Chance, das rauszumählen. Nee, warum würd ich? Weil du ein letzter Bruder bist? Nein. Bin ich drin. Du springst nicht leiden. Du bleibst schön hier, Freundchen. Ich geh jetzt mal ganz schnell auf die stille Treppe da drüben. Oh leh. Das runter, dann nehmen kann sie mehr, das er wieder her an. Ja, und rein, stattdessen ab, ne? Das ist ein wenig. Jawohl. Du schau das aus. Ah. Abel gewinnt. Abel gewinnt! Abel gewinnt! Das verdient nicht mal ein Bad am Tisch. Gut. Abel gewinnt. Abel gewinnt. Abel gewinnt! Die schon zurück! Noch was! Die größte Spannung! Abel gewinnt! Du hast die Abel gewinnt! Abel gewinnt! Ich weiß den Anfang noch. Was ist das? Light Punch, Light Punch, Vorort, Mittel... Irgendwie sowas war's, ne? Irgendwas in der Region. Es muss mit Light anfangen, ich glaub das war Light Punch. Es war ein zweimal Light Punch, das weiß ich auch noch. Seine Super kommt noch nach hinten, seine Unterkommand nach vorne. ... W конzentzentzentavait das Block für chúngleer Sie. ... ... ... Sekunde von den Liner, was? ... Oh! Oh! I had high hopes. What will happen now? Fight! Oh, I will. Oh, I need to use a prop. Oh! Ah! Ah! I'm sure the open one here. It's easy. Ooh! Let's go. Let's go. Let's go. I don't know what I have to do. I don't know what I have to do. I can't do that either. I lost so much with him. I have lost so much with him. I have to get back to him. I have to get back to him. Yes. Oh. Ohh. I have to get back to him. Oh. Oh. Was? Seriously, what? That's how it's done Auf dem Präsent bitte, oder? Mäheh! Äh, hohoh, missin'? Ohh! Nein! Okay, dann hat die Uhr gewonnen. Ich spür bitte in die Uhr. Keine Ahnung. Hat sie gar nicht als Auge. Siehst du nur grad nicht. Das ist der Tarn-Modus. So leid es uns auch gut. So. Sie haben eine neue Fahrt für Ken freigeschaltet. Für Rufus. Für... Für das sind nicht alle wahrscheinlich. Natürlich. Also während wir jetzt noch weiter abdrücken... ...abstehen wir uns schon mal. Andere Provokationen haben wir auch noch. Ach du Scheiße. Ähm... Ja, Super Street Fighter 4 ist schön. Ich glaub da haben wir noch nicht Spaß mit. Das hört nie auf. Und ich lass mich jetzt noch ein bisschen online... Ich lass mich wahrscheinlich nachher noch ein bisschen online verprügeln. Und du was... was ist ja auch immer. Äh, das ist ja auch immer. Melanchol. Also dann Leute! Vielen Dank fürs zusehen. Hoffentlich war uns jetzt nicht einzulangen. Äh, die Roboal ist jetzt auch schon wieder rum. Also dann... Bis zum nächsten Mal. Tschö!